Darf die Polizei Wahrsagerinnen einschalten, um ein Verbrechen aufzuklären? Die Polizei schaltet bei Entführungen oder aussichtslosen Mordfällen immer wieder Wahrsagerinnen, Geisterbeschwörer oder Parapsychologen ein. Das ist aber stets ein Akt der Verzweiflung. Und mir ist nicht ein Fall bekannt, bei dem Übersinnliches zum Erfolg geführt hätte. Jedes Gericht würde den Beweisantrag, eine Hellseherin, einen Kartenleger oder Astrologen als Sachverständige einzuschalten, um die Wahrheit herauszufinden, als völlig ungeeignet zurückweisen. Deren Methoden sind in den Augen des Gesetzes keine Wissenschaften, sondern Unfug. Und Unfug hat im Gerichtssaal nichts zu suchen.